So liebe Freunde, heute spielen wir Outlast, es ist mal wieder ein Horrorspiel, FM 107,9, der Radiosender mit den besten Hits der drüben 70er und der späten 90er. Aber nicht die 80er, denn die 80er sind scheiße. Ich soll für den Radiosender, für den ich arbeite, ein Video machen, einen Horrorfilm, den ich dann später im Stadttheater zeigen kann. Und sie haben mir gesagt, ja komm schon Simon, geh da hin und mach ein Video bitte für uns, das soll so 100 Minuten auf jeden Fall lang sein. Ich hab gesagt, ja gut, mach ich's halt, aber dafür will ich auch ordentliche Bezahlung haben. Ja, haben sie gesagt, ja, wir sind ein Radiosender, wir können die Bezahlen, die wir dann im Radio zeigen. Vorhin haben sie mir so ein E-Mail geschrieben, ja ich soll hier in dem Schloss nach meinem Hauptdarsteller suchen. Ja, das ist ein richtiges Haus, also das ist eine gute Location für einen Film, den ich versuche auf Vordermann zu bringen. Gut, wie man hier schon sehen kann, das sind halt die ganzen Wagen, mit denen mein Filmchen kommen ist, die ganzen Make-up-Assistenten und von der Kamera, nur welche, auch wenn ich hauptsächlich der Kameramann bin, aber Produzenten und so, alle müssen damit herkommen. Deswegen sind die ganzen Wegen hier, die filmen das dann hier, so wie ich das auch filmen, nur dass ich halt das professionell mache und die sind so meine Angestellten. Ah! Oh Gott! Jetzt muss man die Tür, weil hier keine Leitepahnen sind. Nein, ich will sie öffnen, nicht schließen. Gott! Das ist sehr einladend. Aha! Ha! Oh Gott! Scheiß Fernseher! Ah, die A215, das ist meine Ausfahrt. Das ist schon eine sehr, sehr gute Kulisse für meinen ersten Horrorfilm, den sie dann im Radius hinterzeigen. Ah, da will nur jemand eine schnelle Hünder schieben und wo? Cola, trinket! Keine Schleichwerbung in meinen Videos, bitte. Ich glaube, die ernähren sich aber auch sowas von gesund. Oh, eine Bücherei. Ich weiß nicht, warum ich da reingehen soll. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Auf einmal. Gott. 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 Aber auch gar kein Anspurt. Irgendwie ist die Steuerung so schlecht und so langsam. Ah, da war ein Rauchspießdruck. Ah! Okay. Oh Mann. Er hat denn da einen Arm ins Klo geschissen. Oh. Oh, ein Bild von unserem Präsidenten. Sehr nettes Bild. Okay. Diese. Lässt sich die jetzt spielten. Ah! 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 Oh mein Gott. Das war der füße Fettsack. Das war der füße Fettsack aus. Austin Powers. Ah! Ja, Servus, ich bin der Paul. Hallo? Hallo! Ist das der Präsident? Ist das der Präsident? Oh, ich bin der Apostel. Oh, ich bin auserwählt worden. Cool. Von wem? Von wem? Von wem bin ich auserwählt worden? Bitte. Sag's mir. Hallo? Hey, guck los, dein Kopf. Ich suche ihn dir. Hey, Kumpel, wie geht's dir? Oh, du schiebst gerade in Trauerphase. Das tut mir leid. Ja! Oh mein Gott. Die haben das Klo zugenagelt. Was, wenn da nur jemand drin ist? Ich rette dich. Du bist nicht allein. Ich rette dich. Ich hole dich da raus. Ich muss sowieso drinnen kacken. Ich muss da rein. Ja, Servus. Haben sie die Schlüssel zum Klo? Hallo? Hallo? Boah, die Schlüssel. Okay, dann halt nicht. Oh mein Gott. Oh nein. Hallo? Hallo? Ich brauche den Schlüssel fürs Klo. Den Schlüssel fürs Klo, bitte. Oh, Servus. Dich habe ich gar nicht gesehen. Den Schlüssel... Was macht sie denn da? Achso. Ja. Das Programm finde ich auch geil. Aber bitte, ich brauche den Schlüssel fürs Klo. Mein Freund ist da drin. Hallo? Okay. Okay. Ja, hallo. Du hast da was auf deinem Kopf. Du hast da was auf deinem Kopf. Du hast da gar keine Armee. Das ist so komisch.